Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde des MTB Sports und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bin ich wieder unterwegs mit einer illustren Truppe. Es sind paar Berge um uns herum, wo wir so lang fahren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Hi. Hi. Hopp. So, auch mal ich aus dem Aff dazu. Also in dem Video hier geht es mehr so ums Fahren und ums Trailszeichen und so weiter. Ich habe nicht viel gesprochen dabei. Da mache ich vielleicht jetzt mal so aus dem Off ein bisschen mit. Ich will mir so die Strecken zeigen und ich muss mich ja auf solchen Trails zum Beispiel hier. Das ist eng. Das ist eng, das ist rutschig. Da muss ich ja sehr konzentrieren und da bleibt fürs Reden nicht mehr ganz so viel Zeit. Außerdem, ich habe auch eine 360-Grad-Kamera dran. Da sieht man immer ein paar Shorts und da will ich so wenig wie möglich Sprochenes dabei haben. Deswegen gibt es immer so ein bisschen aus dem Off dazu oder haltet man gar nichts. Hier geht es rechts, rechts steil runter, links ist die Wand, rechts geht es runter. Das ist rutschig, es sind Blätter. Ordentlich. Man kennt den Trail nicht. Das habe ich aber gerade ordentlich. Soll es sind. Da unten steht der Tourguide und filmt mich. Das finde ich echt cool. Und da vorne ist der Rest da drüber. Und weiter. Trotzdem Matsch. Das macht echt kuck zu fahren. Der Reifen hat echt mehr Klub als ich denke. Also richtig an der Rutschgrenze hatte ich ihn noch nicht. Aber halt wenn ich irgendwelche Wurzeln und so. Ich seht aber später zum Beispiel hier. Also wenn ich irgendwelche Wurzeln nicht gesehen habe, das war eigentlich mit Wurzeln und so. Ich hab nur die Kamera eingeschaltet. Ok. Ne, ich dachte wär was. Ne, ne, ne. Läcker dreck. Ich glaube da unten die Straße durfte der Motorrad. Andere noch nie lang fahren. Das war einmal unsere Woche. Wie heißt diese Strecke hier? Ich muss es mal einblenden. Kreuzberg? Kann das sein? Hübsch! Nächster Trail? Hier kommt natürlich so eine matschige Tore. Wir waren jetzt am Anfang oder drinnen? Relativ deutlich am Ende. Da ist jetzt ein bisschen steiler und dann so eine langgezogene Linkstore. Da steht der Matsch drin. Wenn man da zu schnell rein fährt, ist es nicht ganz gut. Wird es ein bisschen lustig am Ende, wenn man zu schnell rein fährt. Ja, ja, ja. Kannst du nicht mal rein? Ja. Ne, ne, ich fahr noch hinter dir. Ja, das passt schon. Ja, mach ich eh. Hey, ich hab vorhin schon Dreck von den Winterreifen. Einmal. Lecker Maxis Dreck. Oh, meine Handschuhe sind zu warm. Eine matschige Linkskurve, sagt er. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Ja, da. Haha. Ja, da sind die Löcher und wieder. Ja, da sind ja auch noch so. Ja, da. Ja, da sind ja noch nicht lustig. klein sein muss auch mal vorteile haben wo steht die mocke ich habe eigentlich die reifen dafür leute das war der anstieg des todes dieses kies schuppe gemischte da kommst du überhaupt nicht voran gefühlt das ist komplett weicher irgendwas gewesen hier man sieht wie man kennt das wort geht komplett immer durch man wird viel zu langsam alter ja echt so entstehen die bilder für instagram und für youtube manchmal link ist eine video beschreibung das gibt es zu essen schöne lille schokoriegel für die energie unterwegs das war diesmal ganz gut also hat alles was gewonnen und weiter geht's der liegt aber zu das geklapp was ihr da übrigens hört ist von meinem schutz nicht die kamera aber lieber geklapp als dreckigen hinter vielleicht mache ich zu dem schutzbecher mal ein videovergleich wie ich da nach hause und ich muss es vielleicht mal anders anbringen dass es der zur breifung klappere und schlägt aber hier geht es echt zur sache hier runter zu der hat echt speed drauf ich habe mich nicht so schnell getraut aber ich kann ja auch die strecke nicht ich weiß gar nicht wo ich jetzt stehe keine ahnung alter alter tag war weg drei kommen später wo ist er wer ist denn noch straber das war geil wasser das war das war das war die 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 Da hab ich mich mal...der steht jetzt hier...zehn Jahre...ne Woche davor...ne Woche davor...er ist nix. Dann auch erschrickst du dich? Dann hab ich in die Ecke gefahren, da hat der den gerade jetzt nur hingesetzt da. Ich hab mich erschrocken. Der Rappo-Ingenieur ist hier an der Vorschule. Der fahr echt gut. Versuch! Die Längswurzel gerade hab ich hingeguckt und bin drüber gefahren. Blickführung und so. Ich wollte jetzt an dem Wurzelstück nicht anhalten. Achtung, rutsche ich? Ja. Okay. Bisschen rutschig an der einen Stelle. Da hinten? Ja, ja. Da steckt die Wurzel da unter dem Laub. Aha! Da hab ich's Laub drüber gemacht, oder? Hey, gestern Abend. Ja, ja. Was ist hier auch passiert? Was ist hier auch passiert? Einen später. Haha, ja, da bin ich auch noch mal gerutscht. Längswurzeln. Hach, wenn man jetzt ein Bunnyhop könnte. Schöner Bunnyhop gemacht. Hm? Schöner Bunnyhop. Ja, nicht ganz drüber, aber... Ja, ich bin drin hängen geblieben. Geil. Geil. Ha, ja, ja. Ach so. Ja, das passt. Das passt. Das hat genug Grip. Das ist höher in Erinnerung. Oha. Schon relativ nosy. Ja. La farm. Dez. Dez. Jez Trap. Weiß ich haben Geil! Ja, der ist noch schön. Der Sprung war doch auch noch gut. Ja, ich kam zwar ein wenig nosy. Hätte vielleicht mal ein bisschen mehr die Arme ausstrecken sollen, aber... Der war vor 3-4 Jahren, da war die noch wenig mehr ausstrecken. Ich hab mich die Kittis angeschafft, was hatten wir da jetzt. So, Auto! Angeber! Angeber! Ja, Vorderreifen sind teuer! Ja! Ja, ja! Ich hoffe, dass man wieder kommt, ne? Für weitere Clips folgen Sie mir auf YouTube! Hm? Für weitere Clips folgen Sie mir auf YouTube! Ja! 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 Ach ja! Die Lust kommt beim Wachen, oder wie war das? Ja! Ja! Das Wasser war mir ein bisschen zu tief! Ja! Ja! Nein, der Motor ist Spritzwasser geschützt, aber nicht! Rauschender Fluss! Ich hab's doch schon mal gemacht! Echt? Ja, ja! Alles klar! Oh, ich hab den zweiten Balken vom Akku weg! Ja! Ja! Ach! Wenn 30 Kilometer angesaugt sind, sind wir ja in der Hälfte! Ja! 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 Hoppenwerk hattest du aber mit drin, ne? Ja! Ja! Danke ich mich fürs Zusehen! Ist ein Like da! Und jetzt den Kanal macht die Glocke an, wenn du nichts mehr verpasst! Ja! Ich bin raus! Ciao! Ciao, ciao!